Hier, dein Titanium. Ich brauche Urlaub. Moment, du. Irgendwo. Ja, du wirst einfach irgendwo. Cassie, ich mache bald mit. Du wirst es dahin. Ich, also. Also Melvin, warum sortierst du immer alles falsch? Ein, der Tyrox macht das so schön. Ich sortiere das alles in Farben. Ruster. Ich, äh. Oh, Mann. Ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich will es noch gar nicht mehr. Ich fliege gleich zu irgendeinem Planeten. Casey kommt mal hier hoch. Ich verstehe halt irgendwie echt nur die Hälfte, was gesprochen wird. Kassi, komm mal hier hoch. Oh Gott, hier hast du gleich was zu tun. Warum ist da ein Schwert drin? Ach, Tyrox, weißt du, also wenn du nicht in Ordnung halten kannst... Mir ist gerade schon schwind, ich höre es wahrscheinlich, weil ich mich wirklich aufrege. Warum ist das denn? Weil dieses Nachbarschaftskind das nervig gemacht hat. Wehtes. Warum ist das so? Oh, 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 oh! Ah, Gien und Ruhe, sie findet immer an dich. Ehhhh. Kassi? ja bist du gerade draußen an der frischen luft bist du gerade am fenster oder so ich verstehe kein nein ich glaube nicht was ich jetzt bin komplett verwirrt ich schreibe es im chat ich Das ist so blöd. Oh, während ich esse, geht mir der Sauerstoffputt. Ja. Alles flieht. Ich brauche auch eine Pause. Ah, das ist ja auch schon. Ich habe es noch nicht gekauft. Die Hauptsache. Beweck. Das war's für heute. Was habe ich denn hier? Ja, Lied. Aua, bitte. Das kommt komischerweise durch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, nein, 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 ja. Wo bleibt er denn da? Oh, ich hab wieder grüne Verbindung. Ja, juhu. Ich bin gerade am Essen. Lecker. Läuft bei dir. Oh Gott, ich dachte, ich klatsch jetzt auf. Kann mal ganz kurz jemand nachgucken, wo ich... Scheiße. Gott hat sich erledigt. Blut wohl nix. Blut, lol. Ich bin richtig geflogen. Okay, das musst du dir das erste Mal markieren. Hier kommt auch ein Penis hin. Der nächste Planet, der besudelt wird. Keine Flagge. Nein, ein Penis. Na, was... Auf dem Mars gab's auch bloß n Penis. Ich wollte grad was sagen, aber das ist kein Sinn. Nein, sag es. Guck mal, da sagt's das Kind. Mami, Mami, schau mal, guck mal, Mars. Ich bin... Aber das hat gar keinen Sinn ergeben. Mhm. 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 Genauso wie auf dem Mond. Mhm. Aber auf dem Mond kann man's versehen. Mhm. Aha, aha, aha. Ja, paar Rocks. Mhm. Du bist ja am Essen, ne? Mhm. Oh Gott, das ist schon wieder schlecht. Mhm. Ich muss mal hier durch. Nein. Ja. Nein. Okay, dann nicht. Okay. Ihr hört, dass dieses geile Rauschen bei Cassie auch, oder? Mhm. Ja. Sorry. Du bist nicht der Einzige, der so ein Paranoia schiebt. Du bist von dem Mondkuchen und servis. Oder ist das Cassies neue Kommunikationsmethode? Ja, wir sind ja auf dem Mars. Äh. Nee. Auf dem Mond wohl eher. Mhm. Fängt beides mit M an. Mannenhagen. Also, ich äh. Äh. Es gibt noch mehr, was mit M anfängt. Zum Beispiel? M'n… ęd… …mm… …mٹi… …m…m……l…….l…… לא�…….m…mpm…" ……….m….m……l… ……lay…….li……….m… ……m…fet. … …m……l… … …m.. l…… …m…….m……m……m……….m…..l……m……m…m… …m…m……m…m……m…m………….m… m……m…m…… … …m……m….m………!…m… …m… Oh mein Gott, der Pluto ist besudelt. Mami, schau mal oben am Pluto. So, und jetzt einfach mal in die Erde graben. Wenn man schon einen Penis hat, machen wir auch klein ein Loch. So, ich bin fertig mit Essen. Da muss man glauben. Fein. Boah. Du Frauenschläger. Das ist häusliche Gewalt. Okay, sei dir gegönnt. Ja, häusliche Gewalt. Cassie ist die Einzige, die sich nicht wehntut, weil sie ein liebevoller Mensch ist. Und warum habe ich keine Fackeln mitgenommen? Kann mir mal jemand Fackeln vorbeibringen? Nein. Fies. Äh, nee, hab ich in der dimensionalen Chest nicht welche drin? Kann mir mal bitte jemand Fackeln in, äh, Closed on Fackeln in die dimensionalen Chest legen? Closed on Fackeln? Closed on Fackeln, ja. Ich hab nur eine. Dann crafte, dann crafte bitte welche. Warte. Hier. Cassie. Ich hole welche. Ich hole welche. Muss man richtig machen? Äh. Das und das und das. Hä? Hä? Du weißt, wie man sie craftet, ja? Ja. Okay. Ja, ja. Warum? Ich frag lieber nicht, ja? Ich bleib jetzt ganz ruhig und... Tyrod, was ist denn los jetzt? Ach Gott. Ich guck einmal in diese, in diese Flager und es ist alles... Ich kann's nicht gewesen sein, ich bin auf dem Pluto. Hier, Melvin, kannst du mir noch zwei Oxygen-Tanks reinlegen? Ich hab vergessen, Sauerstoff mitzunehmen. Hm, ja. Vorsicht, Megfett. Jetzt wird's gefährlich. Oh Gott. Danke. Bitte. Hier, dann Mesion. Danke. Und noch mal und... Und noch mal. Und noch mal und noch mal. Alter, die sind nie. Guck mal. Ja. Hier. Mann. Magnesium. Beryllium. Magnesium. Das ist alles Magnesium. Und haben wir's? Alter, wir haben einfach 167 Sex. Warum? Da, da. Was willst du? Du nervst gerade. Soll ich damit zuschlagen? Dann brennst du. Ich hab's geabredet. Seid doch mal lieb zu Cassie. Ja, gut, okay, dann lass ich mich eben töten. Oh, oh. Bei mir ist das Kumpel. Oh, nee. Ja, feiner Hund. Ich wollte fast Köter sagen, du. Also Cassie, das war eine Kampfansage. Los, dauerhaft killen jetzt. Ich bin grad mal Höhe 32. Scheiße, wie weit will ich denn hier noch runter? Was macht ihr denn? Das ist einfach so schön. Die zeigen sich gegenseitig ihren Schwerter. Boah, ihr Schweine. Denkt dran, dass auch Minderjährige die Folgen gucken. Ach, ist mir doch egal. Hey, da zählen meine Kiddies. Okay, bei denen ist sowieso Hopf und Malz verloren. Alles klar, wir können weitermachen. Wow. Ich hab Eisenerz gefunden. Toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Zählen. Hauksäle. Bleh. Cassie wird gezogen. Es leckt auf. Da läuft's. Es leckt wieder. Juhu neighboring, wir können wieder ruggeln. Ja, Ruggelparty. Ich meine Radde. Tyrox, hol mir deine Freundin. oder hat ihr das mit Tiger gestern geschadet? Oh, oh, oh. Ich bin mir nicht sicher. Geschadet oder nicht geschadet? Was macht jetzt eigentlich jeder von euch? Das würde mich mal interessieren. Ich, ich, ähm... Ruhe, äh... Jo. Dala, so wird das nichts. Habt ihr für Sissi eine Aufgabe? Tim, Kupa und Tim. Ähm... Dala, hör auf, dich in mich zu stellen. Ich weiß, du willst es, aber ich möchte es gerade nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Habt ihr für Sissi eine Aufgabe? Nee, ich nicht. Leider. Brauchen wir irgendwelche Erze von irgendwelchen Planeten? Man, da kann es ja schon mal hinfladdern. Weil die Raketen stehen ja schon zwei, die befolgt sein müssten. Doch, 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 warte mal. Hier so ein, so ein, so ein... Doch, 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 doch. Was ist das hier? Apropos irgendwo hinfladdern. Ja. Okay, hier. Ähm, dieses, äh... M, 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 M. Alter, was war das? Ein Venuskristall. Und zwar war... Ich hab... Ich hab... Ich hab Saphir gefunden, läuft. Ein Venuskristall. Das ist, äh... Auf die Venus fliegen und einfach fahren. Venuskristalle fahren. Dann bekommen wir nämlich... Das ist Questbuch voll. Kommen wir... Äh, für was brauchst du den Venuskristall? Äh, für den Aquada hier. Für das Stargate. Ach stimmt. Weil ich mach... Ich hab jetzt, ähm... Acht Saphire gesammelt. Ich komm jetzt auch wieder hin. Und da kann ich die... Ähm, das eine Ding komplett beenden wieder. Das eine Quest... Den Questzweig. Oder wie man das auch immer nennen mag. Ja. Ja, ähm... So, Leute. Was läuft bei euch so? Rockstar, dance until I drop. My life is just hard in my holistic love. Must exist to dance, so party never stops.